Kleider machen Leute. So sagt man und so ist es doch auch. Kleider machen Leute. Frau oder Mann, sei es drum, in abgeratzten, schmutzigen Klamotten oder lechere, stylisches Outfit, farblich aufeinander abgestimmt. Wen fragst du eher nach dem Weg? Um wen machst du eher einen größeren Bogen herum? Kleider machen Leute. Wir achten auf Äußeres. Nicht immer, aber oft bemisst sich an dem Äußeren die Beachtung, die wir einer anderen Person schenken. Wen würdest du zum Beispiel eher daten zu versuchen, also zu versuchen einzuladen und ein Rendezvous zu vereinbaren? Die Frau, die bettelnd an der Hauswand sitzt oder die Frau, die im Café sitzt und leider am Tisch noch niemand neben mir sitzt und du denkst, oh, der jemand könntest du sein. Kleider machen Leute. Wie Leute auf uns wirken, das macht etwas mit uns. Und die Begebenheit aus der Bibel, die ich heute mit dir betrachten möchte, die macht das sehr gut deutlich. Denn es geht da drin um eine Frau, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du sie nicht zu einem Date eingeladen hättest. Oder wäre sie ein Mann, wäre das mit einem Mann passiert, eine ähnliche Sache, du hättest ihn nicht gefragt, ob er vielleicht eine Cola mit dir trinken will oder einen Kaffee oder was auch immer. Die Frage, die mich dazu bewegt bei der Sache, Kleider machen Leute ist nicht, was tragen die anderen, sondern was trägst du, was trage ich? Und nicht vom Äußeren, sondern vom Inneren. Was macht mich aus? Und was sehen Menschen? Welches Bild gewinnen sie von mir, wenn sie hinter meine Kleidung gucken? Wenn du deine Bibel schon am Platz hast, super, schlag sie mit mir auf bei Markus 5. Wenn du sie noch nicht dabei hast, hol sie dir noch dazu. Wir gucken da heute mehrmals rein. Bei Markus 5 fangen wir auf jeden Fall an. Markus beschreibt eine Situation, die Jesus geradezu aufgenötigt wurde. Er fuhr von einem Ufer des See Genezareth zum anderen und kommt da an. Eine große Menge von Leuten wartet schon auf ihn. Er steigt aus und eine Person hat besonders hohe Erwartungen an ihn. Der Synagogenvorsteher Jairus. Er hat keine Zeit zu verlieren. Auch sonst hat er nichts zu verlieren, außer seine Tochter. Die liegt todkrank zu Hause. Und er bittet, er fleht Jesus an, dass er mit ihm kommt und seine Tochter heilt. Jesus macht sich auf den Weg mit Jairus zu dessen Haus. Und die Masse von Leuten folgt ihnen. Ein dichtes Gedränge, was Markus da beschreibt. Kleiner Tipp noch, wenn dich Details interessieren, dann guck doch gerade schon mal bei Lukas 8 nach in der Parallelstelle, wie alt die Tochter von Jairus ist. Also die machen sich auf den Weg. Und was dann kommt, was Markus uns dann berichtet, das muss einem jüdischen Leser den Atem stocken lassen. Markus schreibt, Lukas 5, Vers 25, es war auch eine Frau dabei, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Für uns, gerade für uns Männer, klingt das vielleicht nach nichts Besonderem. Okay, warum muss Markus jetzt schreiben, dass da eine Frau ist und die hat halt gerade ihre Tage? Das Problem ist, die hat nicht nur gerade ihre Tage, die hat ihre Tage ununterbrochen seit zwölf Jahren. Sie leidet an ununterbrochenem Blutfluss. Heute sieht man es einer Frau ja kaum noch an, wenn sie ihre Periode hat. Wenn eben durch die Hygieneartikel, die es zu kaufen geben gibt, läuft das alles ziemlich diskret ab. Aber damals, da gab es keine OBs, keine Binden mit wenig oder mit geringer, mittlerer und hoher Saugfähigkeit, keine, ich weiß nicht, was es noch gibt. Ich gebe zu, ich bin ein Kerl und ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber was ich glaube, es gibt noch viel mehr. Damals gab es nicht mehr, sondern weniger. Um genau zu sein, was es gab, waren Tücher, die sich Frauen um den Unterleib gebunden haben, um das Blut aufzufangen. Und diese Tücher, die waren keine Einmalartikel, keine Wegwerfartikel, die musste sie waschen. Jeden Abend wieder neu waschen, um sie am nächsten Morgen wieder anzulegen oder übernächsten, wenn sie das Geld hatte und mehrere so Stoffe hatte. Das war also alles andere als diskret und unauffällig. Kleider machen Leute. Und für diese Frau bedeutete das, alle wissen, dass ich an Blutfluss leide. Und damit nicht genug alle wissen, dass ich unrein bin. Und würden sie mich berühren, dann wären auch sie unrein bis zum Abend. Mit dem Blut anderer durftest du nicht in Kontakt kommen. Das macht dich unrein. Kamst du mit einem Gegenstand in Berührung, den die Person gerade berührt hatte, wurdest du auch unrein bis zum Abend. Das Infektionsrisiko, also in der Nähe dieser Frau zu sein, war genauso hoch, wie auf einer Hochzeit mit einem hoch Covid-positiven Menschen zu feiern. Also, was haben die Leute gemacht? Einen großen Bogen um die Frau. Wer hat die Frau zu sich nach Hause eingeladen, um mit ihr zusammen zu essen oder ich weiß nicht was? Keiner. Wen konnte sie einladen? Wer ist zu ihr nach Hause gekommen? Keiner. Vielleicht ein paar wenige, die noch irgendwie zu ihr gehalten hatten, weil sie Mitleid zu ihr hatten. Aber eigentlich war diese Frau sozial isoliert, war alleine, fühlte sich verlassen. Zwölf Jahre lang. Stell dir das mal vor. Zwölf Jahre lang sozialer Lockdown. Das willst du dir gar nicht vorstellen. Also, ich will mir das nicht vorstellen. Aber es war für diese Frau noch schlimmer. Sie durfte nicht mal mehr an den Gottesdiensten teilnehmen, in die Synagoge gehen, zu irgendwelchen Wallfahrtsfesten dabei sein. Dinge, die die jüdische Gemeinschaft und das religiöse Leben ausgemacht haben. Auch da war sie außen vor. Denn für unreine Personen galt es, du hast da nichts verloren. Und wer hat ihr das damals, vor zwölf Jahren gesagt? Klar, ein Synagogenvorsteher. Und wer war zum Beispiel Synagogenvorsteher? Richtig, Jairus. Und falls du schon nachgeschlagen hast oder jetzt nur vermutest, wie alt war Jairus' Tochter? Zwölf Jahre. Es ist so erstaunlich, wie Dinge in dieser Begebenheit jetzt zusammenkommen. Diese Frau Jairus, seine Tochter vor zwölf Jahren, der glücklichste Moment im Leben dieser Familie von Jairus und der schlimmste Moment im Leben dieser Frau. Und an diesem Tag wird beides wieder in Ordnung kommen. An diesem Tag wird Jesus beides wieder mit Heilung versehen und seine Tochter heilen und diese Frau heilen. Zu der Frau, da kommen wir jetzt gleich. Die Frau aber eben noch, die hatte alles versucht, war zu zig Ärzten gegangen, in der Hoffnung, dass sie ihr helfen könnten. Die, die man damals Ärzte nannte, wir würden sie heute eher Quacksalver nennen, denn die Methoden, die die angelegt haben, die waren alles andere als vertrauenswürdig und helfend. Das hat nämlich auch dazu geführt, dass diese Frau letztlich ihr ganzes Vermögen drangegeben hat. Und was hat es ihr geholfen? Nichts, es hat ihr nur noch mehr Leiden zugefügt. Diese Ärzte haben ihr auch nur noch mehr Leiden zugefügt. Kleider machen Leute. Und diese Frau war gekleidet mit Krankheit, mit dem Gefühl ausgestoßen, verachtet zu sein, hilflos, mittellos, kraftlos, tut sie jetzt folgendes. Vers 27. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Unfassbar, was Jesus in dem Moment tut oder was durch ihn passiert. Aber wenn jemand, ein Jude, das damals gelesen hätte oder das direkt gehört hätte, boah, wäre der fassungslos gewesen. Die drängt sich durch die Menge. Das, was der Leser gerade erst noch befürchtet hatte, wird tatsächlich wahr. Die ist mittendrin, die verunreinigt. Also unzählige Personen, ohne dass sie das wussten. Das war ein Skandal. An Verbrechen an der Gesellschaft quasi. Sie berührte sogar noch Jesus in der festen Hoffnung, dass dieser tatsächlich der Messias ist, der von Gott gesandte Retter. Denn, und das fand ich so interessant, das, was man zuerst einmal als komisch-magisches Denken abkanzeln könnte, dass die wirklich glaubt, sie müsste nur sein Gewand berühren und dann würde sie gesund. Das hat tatsächlich eine große Bedeutung. Für fromme Juden gab es einen Vers, gibt es heute immer noch, in Maleachi 3, Vers 20. Prophetenbuch im Alten Testament, das letzte davon. Und in diesem Vers wird eine messianische Verheißung gegeben. Also es wird etwas darüber ausgesagt, wie wird es sein, wenn der Retter, der von Gott gesandte Retter auftritt. Wie wird er auftreten? Und an dieser Stelle heißt es, Malachi 3, Vers 20. Für euch aber, die ihr mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird euer Recht an den Tag bringen und alle Wunden heilen. In der Lutto-Übersetzung kommt es noch besser raus. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und bestimmt fragst du dich jetzt, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe und habe gedacht, da steht doch überhaupt nichts von Gewand. Aber dieses Wort, was im Hebräischen für Flügel steht, ist ein Teekesselchen. Es ist ein Teekesselchen-Wort. Du kennst bestimmt Teekesselchen-Wörter. Ton ist so ein Wort. Ton kannst du in den Händen kneten und etwas daraus formen. Und Ton klingt in deinen Ohren. Eine Birne kannst du vom Baum pflücken und sie essen und reinbeißen. Eine Birne kannst du in die Lampe reinschrauben und solltest auf gar keinen Fall reinbeißen. Kanav, das hebräische Wort für Flügel, ist ein Teekesselchen. Und es bedeutet Flügel und es bedeutet auch der Zipfel oder der Saum des Gewandes. Und wenn diese Frau jetzt also hofft, dass wenn sie den Saum Jesu Gewandes berührt, diese Quaste, diesen Zipfel, so wie man das nannte, dann zeigt sie darin so großes Gottvertrauen, so große Hoffnung, die sie darin reinlegt. Wir müssen uns das vorstellen, was sie in Moment auf sich nimmt. Sie zwängt sich durch die Menge. Sie weiß, die Leute werden alle unrein. Pack ich den Jesus an, wird der auch unrein. Der hat schon so viel Gutes getan. Ich lade Schuld auf mich. Sie wird Angst, Scham, Verzweiflung empfunden haben und dann diese Hoffnung, wie sie kurz vor Jesus ist und ihre Hand ausstreckt und sein Gewand greift und spürt, wie Heilung ihren Körper durchströmt. Wie unglaublich. Er ist der Messias. Er ist tatsächlich der Retter. Das wird sie in dem Moment wahrscheinlich noch gar nicht alles kapiert haben, aber für sie dieses Gefühl, hey, es ist weg. Es hat aufgehört. Kleider machen Leute und es ist nicht einfach das Gewand, das Jesus trägt, das ihn auszeichnet, sondern was steckt dahinter. Wer ist Jesus? Wie ist Jesus? Lasst uns das gemeinsam lesen. Weiter in Markus 5, ab Vers 30. Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Und jetzt fragen die Jünger zu Recht, du siehst, wie die Leute sich um dich drängen und da fragst du noch, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, war sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Also natürlich bekommt Jesus von seinen Jüngern, von seinen Freunden auf diese merkwürdige Frage auch die passende Antwort. Jesus, was denkst du, wer dich berührt hat? Alle! Weil sie haben noch gar nicht kapiert, sie haben noch gar nicht gesehen, was ist gerade vor sich gegangen. Mag die Frau im ersten Moment noch gehofft haben, dass sie unbemerkt wieder verschwinden kann. Jetzt wusste sie keine Chance. Sie zittert, sie hat Angst und dann fällt sie vor Jesus nieder. Sagt vor ihm und vor allen, wer sie ist, was sie getan hat, was sie vorher hatte, was an ihr passierte und hofft, dass sie keinen Shitstorm erlebt. Dass nicht eine Welle der Entrüstung und des, was weiß ich, jetzt über sie entgläht, wie sie nur konnte und was sie sich dabei erlaubt hat. Jetzt sind alle unrein. Sie wagt es tatsächlich. Aber ihre Angst ist unbegründet. Denn Jesus ist nicht nur gekleidet mit einem heilungsvollen Gewand. Er ist gekleidet mit Barmherzigkeit. Der Frau, von der sich ein Synagogenvorsteher vor zwölf Jahren, mag es ja Iris gewesen sein, wir wissen es nicht, aber von der sich ein Synagogenvorsteher abgewandt hat und gesagt hat, nee, bleib weg. Bleib bloß weg. Du gehörst hier nicht mehr hin. Dieser Frau wendet sich Jesus zu. Er ist kein unpersönlicher Heiler und Heilsbringer, der seine göttlichen Kräfte in die Menge verstreut, wie am Karnevalssüßigkeiten von dem Karnevalsumzugswagen in die Menge gestreut wird. Nein, ihm kommt es nicht einfach nur auf körperliche Heilung an, sondern auf seelische Heilung. Und deshalb hält er an, nimmt sich die Zeit, sucht diese Frau in der Menge und spricht ihr folgendes zu. Vers 34. Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Meine Tochter. Seine eigene Mutter hat er an anderer Stelle nur Frau genannt und die stand ihm doch eigentlich so viel näher und diese Frau nennt er jetzt meine Tochter. Was drückt er damit aus? So viel Botschaft liegt in diesen zwei Worten. Meine Tochter, du bist angenommen. Du bist wieder in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen. Du gehörst dazu. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Er bestätigt ihr diese Heilung und er entlässt sie in seinem tiefen Frieden. Im Frieden mit Gott und im Frieden mit den Menschen um sie herum. Sie hängt nicht mehr an der unglücklichen Vergangenheit fest, sondern kann in eine neue Zukunft starten, hineingehen. Und das, was in einer anderen messianischen Verheißung steht, in Jesaja 42. Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Das tut Jesus hier. Genau das tut er. Natürlich hätte er sie tadeln können. Er hätte ihr sagen können, du, warum hast du dich nicht hinten angestellt? Ich war gerade unterwegs zu Jairus, seiner Tochter. Hör mal, die stirbt. Und du, das hätte doch noch ein bisschen Zeit gehabt. Oder was erlaubst du dir, uns alle unrein zu machen? Er hätte auf Recht und Ordnung pochen können und hätte damit den letzten klimmenden Docht ausgelöscht, das Schilfrohr abgebrochen, ihren Glauben im Keimer stickt. Aber das tut er eben nicht. Jesus ist gekleidet mit Barmherzigkeit. Er bringt dieser geschlagenen Frau das Recht zurück und Gottes Treue ihr gegenüber ans Licht, sodass alle es sehen. Sie war gekleidet mit Krankheit und Verachtung, nun aber mit Würde und Liebe. Der Bericht bringt mich ins Staunen, wenn ich darüber nachdenke, wie Jesus dieser Frau und vielen anderen Personen, von denen er uns berichtet ist, mit Barmherzigkeit begegnet. Er hat nicht einfach von Gottes Reich gepredigt. Bei ihm haben die Menschen gespürt, dass das Reich Gottes mit ihm tatsächlich anbricht. Er hat nicht einfach nur Nachsicht mit den Leuten gehabt und irgendwie Mitleid ihnen gespiegelt. Er hat sich ihnen zugewandt. Er war und ist der Messias, der von Gott gesandte Retter. Und mich fasziniert, was über ihn früher schon vorhergesagt ist und jetzt in Erfüllung gegangen ist. Und gleichzeitig hoffe ich, dass dieser Bericht eine doppelte Sehnsucht in uns auslöst. Einerseits die Sehnsucht, dass Jesus auch unseren Körper und unsere Seele heilt. Dass er unsere Beziehung zu Gott und den Menschen wiederherstellt. Vielleicht empfindest du dich gekleidet mit Krankheit oder Verachtung. Vielleicht ist da diese chronische Krankheit. Ist dieses Leiden, dass du einfach nicht los wirst und du bist von Pontus nach Pilatus gerannt, von Arzt zu Arzt und es hört nicht auf. Dann ist meine Sehnsucht, dass Jesus dir begegnet. Dass Jesus dich heil macht. Aber nicht nur deinen Körper, sondern deine Seele. Denn wozu ist er gekommen? Um Recht wieder in Ordnung zu bringen. Um Gottes Treue ans Licht zu bringen. Das geschlagene Volk wieder herzurichten. Diese Frau, die hat darauf gehofft, gesund zu werden. Die hat alles, was sie konnte, noch hineingelegt in diese Situation. Und alles, was sie noch konnte, war Vertrauen. Denn mehr hatte sie nicht mehr. Und mehr brauchte sie auch nicht. Wurde ihre Hoffnung beantwortet, erfüllt? In dem Moment schon. Aber wir dürfen doch nicht die zwölf Jahre vergessen, an denen sie schon litt. Zwölf Jahre. Und jetzt endlich durfte sie das erfahren. Und ich hoffe so sehr, dass es bei dir keine zwölf Jahre dauert. Und gleichzeitig weiß ich, glaube ich, dass wir Gottes heilende Kraft an unserem Körper und unserer Seele nicht in unserer Verfügung, in unserer Hand haben, wie wir eine Schmerztablette einwerfen können. Und dann wirkt sie. Es ist ein Geheimnis, wie Gott, wann Gott wirkt. Aber es ist und bleibt seine barmherzige Zuwendung, auf die wir vertrauen. Und ich hoffe so sehr, dass Gott sich dir zuwendet, dass Jesus sich dir zuwendet und dir zuspricht, meine Tochter, mein Sohn. Die zweite Sehnsucht, die ich mit diesem Text verbinde, betrifft unsere Kleider, betrifft das, was uns kleidet. Kleidet uns, kleidet dich Barmherzigkeit. Was würden Menschen, wenn wir sie jetzt fragen, in deinem Umfeld sagen, über dich, kleidet dich Barmherzigkeit? Was zeichnet dich aus, wenn wir deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Brüder, deine Schwestern, deinen Vater, deine Mutter fragen? Die Leute in deinem Umfeld, spüren sie Barmherzigkeit? Gibt es Personen in deinem Umfeld, wo du dich sehnst, dass sie wieder in Beziehung mit Gott zurückfinden? Oder dass sie heil werden an Leib und Seele? Diese Geschichte, dieser Bericht kann diese Sehnsucht in uns wecken oder verstärken. Ich möchte dich ermutigen, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, wenn du es gleich zu Hause am Bildschirm feierst, dass du dich mit deiner Sehnsucht an Jesus wendest. Du kannst ihn heute nicht mehr leibhaftig, sein Gewand nicht mehr berühren, wie die Frau das konnte. Aber Jesus hat uns Brot und Wein gegeben. Wir feiern das mit Traubensaft und Brot. Einerseits sind es ganz normal, diese Gegenstände, Traubensaft und Brot. Und doch legt Jesus diese geheimnisvollen Worte dazu. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Ich glaube nicht, dass sich das verwandelt, wie andere Konfessionen das tun. Aber ich glaube, dass wir mit allem Recht und mit aller Sehnsucht uns an Jesus wenden können und ihn anflehen können. Jesus, heile du mich. Ich möchte dich einladen, auffordern, das gleich zu tun. Amen.